Wir sind gespannt, wie der Saison-Einstieg auch von Christina Hering hier zustande kommen wird. Also vorne der Tempomacher, das ist Martin Frank und wir gehen durch, wir schauen mal zu den Frauen, Durchgang, eine, da steht jemand davor, eine 27,5. Also auf jeden Fall erstmal in Richtung, wie viel Rekord gut unterwegs, mal schauen, was da passiert. So, jetzt gehen wir rein hier auf die Tribüne, lasst sie uns schon mal hören. Auf geht's, das Schäßchen vorne weg. Dahinter Yveta Butterlober, dann Lore Hoffmann, dann mit der 469 Alno Paunonen. Durchgang, 400 Meter, 58 Sekunden. Also da kann man am Ende vielleicht eine 1,28, eine 1,27 laufen. Vorne scheint das Ding abzugehen zwischen Lore Hoffmann und zwischen Yveta Butterlober. Oder kommt da Christina Hering nochmal? Jetzt kommt sie von hinten mit ihren langen Schritten. Christina Hering, Christina Hering, auf geht es. Auf den letzten Metern, aber ganz reich, das nicht mehr. Die Schweizerin gewinnt den 1,28,65, inoffizielle Lore Hoffmann. Und ich denke, für die Verhältnisse hier eine ordentliche... ... ... ...